Diese Woche bei Hochzeit auf den ersten Blick. Marina und Kai kommen sich langsam näher. Mit Marina Händchen, Händchen spazieren zu gehen, das war sehr schön, hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Jasmin und Jochen im Expertengespräch mit Markus Ernst. Was war los? Es war mir plötzlich zu viel. Gefühlvolle Geständnisse bei Michaela und Carsten auf Mauritius. Also ich hab dich schon so ein bisschen, schon so ein bisschen ins Herz geschlossen. Oh, das hast du aber süß gesagt. Ja, so ein bisschen. Dramatische Erkenntnisse in Vietnam. Das Experiment ist gescheitert. Emotionales Wiedersehen bei Marina und Robert nach der Hochzeitsreise. Ich fühle mich wie am Tag der Hochzeit, bloß, dass wir uns jetzt schon kennen. Oh, ja, was willst du mal mit mir? Oh mein Gott, ich hab so am Zitane. Habe ich nicht mit gerechnet, dass es so krass ist. Und die Paare treffen beim großen Finale aufeinander. Wir sind am Ende des Experiments. Das große Finale. Ich bin sehr gespannt, wie oft aus Wissenschaft wirklich Liebe geworden ist. Dieser Tag ist besonders emotional. Sendung verpasst? Gar kein Problem. Jetzt kostenlos auf Join nachschauen. Kostenlos? Hier. Habt ihr Lust auf mehr Videos? Dann klickt hier. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal und klickt dort.